Herzlich willkommen zum großen YouTube Adventskalender. Wir sind die Jungs von Dreambird und wir haben heute was ganz besonderes vor. Und zwar haben wir eine große Aufrufaktion gestartet und ja, wir haben reichlich Fanpost erhalten und eine kleine Auswahl davon wollen wir in Richtung Weltall schicken. Passend zu Weihnachten haben wir hier selbst gebastelte Sternchen, Gedichte, willkommen, Bilder. Das Ganze funktioniert mit einer selbstgebauten Styropor-Sonde. Da kommt gleich eine Kamera rein und vor der Kamera wird dann gleich noch ein ausgewählter Gegenstand platziert, den wir dann zu den Sternen schicken. Wir befüllen hier gerade unseren Wetterballon mit Helion und wir erreichen hoffentlich Höhen von 35.000 Metern. Männliche Stimme, ey. Ey, das ist ganz schön fett das Ding heute. Ja, einer hat es persönlich hergeschafft, Simon Pult ist hier. Er ist Kunstradfahrer und ja, was wollen wir von dir hochschicken? Ich habe mir gedacht, dass ein Teil, mit dem ich dann die nächste Saison fahre, so als Glücksbringer. Einmal Richtung Himmelsäule. Glücksbringer für die nächste Saison, das klingt gut. Machen wir es nochmal. Ist das schlimm, wenn die Pedale wegkommt? Ja, das wäre sehr schlimm, ja. Ich brauche den auch. Ich bin garantiert für nichts. Eure Briefe und eure Wünsche fürs nächste Jahr fliegen jetzt in den Himmel. Mögen sie euch Glück bringen. Jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's gleich los. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, und los! Boah, witzig. Jetzt packen wir unsere Sachen ein und wir fahren hinterher und suchen das Ding. So, das mit dem Start dann schon mal alles wunderbar funktioniert. Ich bin immer noch begeistert von dem Mikrokopter. Ja, jetzt geht es zu dem mühseligen Part und zwar müssen wir jetzt die Sonde irgendwie wiederfinden. So, an Bord ist ja das GPS-Gerät. Das Signal haben wir jetzt verloren, weil das natürlich ab einer gewissen Höhe so nicht mehr funktioniert. Und ja, sobald der Ballon wieder landet, haben wir das Signal wieder und dann können wir es auch ordnen. Ja, wir haben jetzt unser erstes Signal bekommen und ja, Marco ist es noch runtergekommen, unsere Sonne. Höchste. Und auf dem Feld auf jeden Fall. Es ist auf dem Feld gelang, das ist schon mal gut. Ja, und dann machen wir uns jetzt auf dem Rückweg und suchen unsere Sonne. Genau, es scheint so, als würden wir gleich da sein, was? Da ist es. Da sind wir eben schon vorbeigefahren. Na guck, das war ja einfach. Wenn wir jetzt schon keine Suche haben, dann müssen wir wenigstens episch so tun, als würden wir suchen. Ja, wir haben jetzt nur ein kleines Problem und zwar liegt die Sonne auf einem Privatgrundstück und deswegen müssen wir jetzt hier eine spektakuläre Rettungsaktion durchführen. Außerdem wäre es auch viel zu langweilig, wenn wir jetzt hingehen. Liegt es einfach neben der Straße. Wir müssen da jetzt noch irgendwas bieten. Deswegen kommt die Luftrettung. Bist du soweit? Yo! Hallo! 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 Wir haben unser Versprechen gehalten. Ja, los, dann test doch mal, ob es funktioniert. Oh! Ja, es funktioniert. Soll ich mich mal so drehen? Ja! Ja! Ja, Simon, das sah doch schon ganz gut aus, was du da gemacht hast. Lag das jetzt an der Pedale? Ich glaube durchaus, dass die Pedale einen Teil dazu beigetragen hat, natürlich. Also wir haben ja im Video vielleicht gesehen, was mit der Pedale da oben passiert ist. Ja, jetzt hoffentlich können wir euch ein paar geile Bilder zeigen. Drei, zwei, eins, raus! Ahh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020